Kann man Ihnen behilflich sein? Nein! Kann man Sie über die Straße führen? Nein! Was das mit dem heutigen Set zu tun hat und warum ich hier so ein bisschen loko heute bin, ist ganz einfach. Heute geht's um... Öppala! Karl Fredriksens Haus. Die 43217 aus dem Film Oben von Disney. Ja, 100 Jahre Disney. Ich habe das Set schon eine ganze Weile rumliegen, deswegen habe ich mir einfach gedacht, da merkt das One Take, da habe ich mir einfach mal gedacht, ich präsentiere es euch. Aber bevor wir über dieses tolle Set reden, schalten wir wieder mal runter auf den Bautisch, beziehungsweise auf die Baubilder. Also, bis gleich! Also, bis gleich! Ja, ist das. Ja, ist das. Ja, ist das. Ja, ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Doug hat bedruckte Beine, äh Doug sag ich, Doug, ja, der Hund hat bedruckte Beine, ne, nein, nicht Doug, ähm, Russell hat bedruckte Beine, die gehen auch durchgängig, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ihr baut den Rucksack hier, seinen coolen Campingrucksack, mit dem ganzen Geraffel, ähm, ja, von Karl, was leider nicht geht, was schön wäre, ähm, sind hier, ich zeig euch die Minifigur mal, sind die, die Schütze mit unten den, äh, Tennisbällen, aus dem Film, und ihr baut auch das Abenteuerbuch für seine Frau, und sowas, alles, ne, Ich sehe gerade, ich hab das Ding verkehrt rum drin, aber ist egal, halb so schlimm, ja, und dann baut ihr natürlich auch, ähm, das tolle Haus, Ich zeig euch das Haus mal, hier, da sehen wir das schöne Haus, hier vorne die Terrasse, na, ihr könnt hier den guten, ähm, Russell raufstellen, Wenn man das Haus dreht, nachteilig bei dem Haus ist, ähm, dass der Fernseher hier oben gelandet ist, statt hier unten, aber gut, ist jetzt nicht so schlimm, Ich werde euch im Fazit noch einen kleinen Tipp geben, zu dem Ganzen, na, seht euch mal hier oben das Bett an, also, was ihr hier seht, ist alles Brickbelt, ähm, Anmerkung hierzu ist, ähm, ich werde euch gleich noch was zeigen, Und zwar, äh, dieses Set hat nur Sticker, bei mir jedenfalls nicht, äh, bei mir aber nicht, bei mir hat es Drucke, kommen wir gleich dazu. Ihr seht, viele Details, es ist klein und süß und verspielt, ne, ähm, wir kommen in den Nachteilen dann zu den Stickern, und was mich stört bei dem Set, aber an sich ist es schön gebaut, Na, hier, es ist halt, so wie das Original, kunterbunt und alles, was wir hier nicht haben, ist hier vorne, die Teile, ähm, das sieht dann halt besser aus im Film, aber ist nicht schlecht. Der Schlauch ist hier, ähm, ich glaube, das ist sogar, eigentlich, ich sehe gerade, also in der Bauanleitung ist es da, ähm, das ist aber falsch, ich habe den Film gerade nochmal laufen lassen, um mich nochmal ein bisschen aufzufrischen, eigentlich muss es da hin, ne, Das ist ein Baufehler in der Bauanleitung, die ich jetzt gerade eben bemerkt habe. An sich ist die Bautechnik auch cool, wie, wie das hier gebaut wird, es ist richtig schön, ihr habt hier auch überall kleine verspielte Details, ne. Ähm, das Buch, das Abenteuerbuch, was, ähm, Russell hier in der Hand hat, ist hier oben drin reingelegt. Das Dach hat eine relativ interessante Konstruktion, die kannte ich so nicht, das hier kenne ich, das ist mit Hinchbricks gelöst, hier oben das hier ist mit Schilden gelöst, also so ein, so, ihr kennt ja bestimmt die, aus der 24 oder so, diesen, diesen Spacemaker-Pullis, der hält so ein Schild. Das kennt ihr auch, diese Lego-Schilde, die sind hier für die Dachkonstruktion genommen, das ist ganz cool, so bleibt es, ähm, wenn ihr diese, ähm, Plate mit Zieh-Klemms habt, und da klappt ihr dann das rein, ist super cool gemacht. Ja, es gibt, also, ist gelogen, es gibt Drucke hier, und zwar, ich muss das mal gucken, ob ich das hier rauskriege, ohne was zu zerlegen, na, komm her. Ja, es gibt hier einen Brief, den Standard-Lego-Brief, und dann gibt es hier dieses coole, na, kriege ich es scharf, ja, hier dieses coole Glas, auf der einen Seite mit Münzen, und auf der anderen Seite steht Paradise Falls, das Sparglas, ne, das ist eine coole Sache. Was auch cool ist, ist, hier ist ein Grammophon, seht ihr das? Dieses Grammophon, ich muss nochmal ein bisschen kontrollieren, da, äh, wenn ich mich, wenn ich mich bitte stell mache, dieses Grammophon, was ihr hier habt, wird aus einem Helm gebaut, und noch ein bisschen was anderem. Ich will euch nicht zu viel wegnehmen, deswegen, ähm, lassen wir das mal so. Ja, das wäre dann, ähm, wären so einige der Details. Es ist ein bisschen, wie gesagt, klein, aber das ist halt Lego-typisch, ne, kommen wir in den Nachteilen dazu. Was auch schön ist, ist, ihr habt hier diesen Briefkasten, und hier habt ihr eine Box, ha, dieses Brickbild, ne, da, und ein kleines süßes Eishörnchen. Ihr habt hier ein Gerät zum Ballons aufblasen, hier sind ein paar Ballons dran, das Teil gibt es im Film so nicht, soll aber ein kleines, nettes Detail sein, macht das ganze Set ein bisschen verspielter, und ihr könnt das schön, na, kriege ich das mal, na, ich muss gucken, wenn ihr das jetzt so stehen habt, die Figuren platziert, und so, sieht das ganz schön aus. Na, es ist ein schönes, kleines, verspieltes Display-Set. Ich wollte es jetzt nicht zum Spielen nehmen, das ist wirklich nur Display. Hm, finde ich ein bisschen schade. Meine Tochter findet es toll, ähm, okay, die findet alles toll, was ich so an Klemmbausteinen hab. Live zerlegt, live zerlegt, meine Lieben, hoppala. Ich baue es euch auch live wieder zusammen. Der Snoozy zerlegt mal wieder alles. Ist jetzt nicht uncool, aber ihr wisst ja, ne, Snoozy zerlegt gerne Sachen. Da fehlt mir gerade ein Stein, sehe ich, irgendwie. Was habe ich hier denn noch zerlegt? Ach, da ist es nicht zerlegt. Ja, also ihr seht, es gibt ein paar fragile Stellen, aus dem Grund ist es schon ein reines Display-Set. Aber an sich ist das Haus sehr gut gebaut, ihr zerlegt da nichts, es sei denn, ihr seid ich. Na, zerlegt ja. Es ist nicht modular, also ihr könnt diesen Teil hier nicht abnehmen, was ich schade finde. Es ist nicht nachteilig, es ist kein Nachteil, es ist nur schade. An sich, die Konstruktion ist echt schön gebaut. So, kommen wir mal zur Seite mit dem schönen Haus und kommen wir mal, wozu kommen wir, wie von mir immer gewohnt, zur Lego-Anleitung. Achso, ich habe die Steinequalität vergessen. Natürlich ist es Lego, muss ich was dazu sagen. Es ist unser aller Lego. Lego ist toll, was die Klemmkraft angeht. Die Techniken sind halt nicht unbedingt die besten, aber auch nicht die schlechtesten. Ihr kennt es, Klemmkraft ist super, Teilequalität ist super, Kratzer hat auch Lego. Es ist nicht alles kratzerfrei, aber es ist ein schönes Set. Wie gesagt, die Qualität ist gut, ich kann daran jetzt nichts Negatives finden. Steinequalität, ja, genau, was ich euch noch sagen wollte, das ist ganz wichtig, weil es nicht mehr zu, ich kann es, also es gibt Sticker. Es gibt Sticker, bei mir nicht, liegt daran, achso, ihr kriegt eine Tüte Geraffel. Und wie ihr seht, sind da natürlich Teilegerüchte. Ich habe im Steinedrucker bestellt. Komme ich im Fazit noch dazu, wie gesagt, auch preistechnisch, was das bedeutet für euch, wenn ihr das Set kauft. Und dadurch, dass ich beim Steinedrucker gekauft habe, ist natürlich alles, was hier ist, hier Print und natürlich alles Lego. Also das muss euch gewahr sein, wenn ihr dieses Set kauft. Deswegen sieht mein Fernseher zum Beispiel cooler aus hier und so. Es ist ein schönes Bauteil, ich denke, dabei. Ja, kommen wir zur Anweisung. Lego-typische Anweisung. Wir haben 131 Seiten, puren Bauspaß. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nur, wenn ich jetzt mal nochmal reingucken, 127 Seiten, der Rest ist Werbung und eine Teileliste. Also schön eine Teileliste. Ich liebe Teilelisten, auch bei alternativen Klemmbausteinherstellern. Teilelisten sind was Tolles. Schon allein, um zu gucken, wie viele Teile fehlen mir, welche Teile fehlen mir und so weiter. Ansonsten hätten wir 127 Bauschritte. Das Haus hat 213 Bauschritte und 15 Bauschritte für dieses Ballongeraffel. Daran seht ihr aber auch, dass Lego selbst auch eine Unterteilung gemacht hat. Was ich halt, wie gesagt, überhaupt nicht verstehe. Aber wir haben 213 Bauschritte. Das ist eine Lego-typische Anleitung. Es geht nicht viel ab. Sie ist einfach zu bauen. Was bei diesem Haus wunderbar ist, ist dieses Haus. Ich stelle es euch mal hier hin, weil das ist alles ein bisschen blöd. Es gibt keine Farbkodierung in diesem Haus, weil das Haus ist an sich wund. Und so, also haben sie auf die Farbkodierung verzichtet, weil die Farbe des Hauses selber ist die Farbkodierung. Hat riesen Vorteile. So, und ihr habt aber auch kleine versteckte Hinweise und sowas, wie ihr die Sachen zu bauen habt. Hier das zum Beispiel. Das finde ich eine super Sache. Hier seht ihr das. Das ist der Abschluss von dem Bau. Das ist hier, wie ihr die schrägen Wände baut. Das ist der Abschluss. Und so sieht das dann aus. Da, seht ihr das? Da, so. Das ist eine geile Sache. Also versteht mich nicht falsch. Ich bin von der Anweisung echt. Ich finde die gut. Es gibt eine digitale Anweisung, falls ihr drehen wollt und wenden wollt und so. Ja, ich finde die gut. Ach, was Lego sich bei diesem Haus hier, ich weiß nicht. Ich habe in letzter Zeit keine so großen Lego-Sets gebaut. Eher so kleine Sets oder alternative Sets. Es ist auch hier mehr passiert, wie ihr seht. Na, es passiert mehr. Das Set gibt es auch immer noch zu kaufen. Das ist das Gute da drin. Kommen wir mal zu den Nachteilen dieses Sets. Es gibt Sticker. Wie gesagt, es sind Sticker. Das sind die Lego-typischen Sticker. Deswegen würde ich euch persönlich empfehlen, kauf beim Steinedrucker die Teile nach. Macht ihr nichts falsch. Ein weiterer, für mich sehr großer Nachteil, ist die Anzahl der Ballons. Es gibt alternative Sets. Die haben so ein Batzen Ballons. Was, Lego, ist jetzt das Problem? Ihr habt dieses Ballonteil. Oder diese Teile für Ballons. Was wäre jetzt das Problem gewesen, das zu bauen? Und außenrum ein Gestell zu bauen, um das zu verbauen. Bei Rebrickable gibt es Leute, die haben diese Masse an Ballons gebaut. Es wäre nicht das Problem gewesen. Punkt 1. Punkt 2 ist, so viel teurer wäre das auch nicht geworden. Da das Set für das, was ihr bekommt, relativ teuer ist, ist es Lego. Das soll jetzt hier kein Schlechtreden von dem Set sein. Es gefällt mir. Ich habe es mir mit Absicht gekauft. Weiterer Nachteil ist eben, wenn man jemanden hat wie meine Tochter, sie spielt mit diesem Set. Für Spieltiefe ist das nicht tief genug. Es ist das typische, nicht tief genug gespielt. Wobei, 2, 4, das hat hier sogar 8 Noppen Tiefe. Also der große Teil hier hat 8 Noppen Tiefe. Für Kinderhände wunderbar, aber es ist halt wenig bespielbar. Stört es mich? Nein, es steht natürlich nur im Regal. Aber es ist halt ein Negativpunkt, den ich in diesem Set halt habe. Es hat halt nicht genug Spieltiefe. So. Genug gemeckert. Genug negative Punkte aufgezählt. 3 müssen sein. Ihr kennt mich. 3 mache ich immer. Egal wie positiv ich im Set bewerte. 3 Punkte müssen sein. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ne? Weil wer nichts zu sagen hat, sollte lieber nichts sagen. Wir spielen das Spiel wie Carl, das spielt mit Russell. Wer kann am längsten nichts sagen? Nein, aber jetzt kommen wir zum Fazit. Das Set an sich kostet ohne Rabatte 54,99 Euro. Ist immer noch bei Lego zu erhalten. Ihr kriegt es aber auch mit Rabatten. Teilweise für 30 Euro. Müsst ihr gucken. Ich empfehle euch, kauft euch das Set, solange es zu haben ist. Diese Minifiguren, ja, sind ganz cool. Gerade auch so Russells Torso, falls ihr für eure Lego Stadt Dings braucht. Wie heißen sie? Fahrthinder braucht, ist Russell ganz gut. Duck ist nun Mold, der ganz schön ist. Ihr werdet keinen anderen Hund so kriegen. Das ist mal ein besonderer Hund. Und Carl hat auch ein schönes... Ja, es ist schön. Aber ihr habt halt diese Hose, die Rentner halt haben, die sie sich hochziehen. Das soll eigentlich sein, dass er halt so gebückt läuft. Ist jetzt nicht verkehrt. Kann man machen. Ist gar nicht so schlecht. Das ist übrigens unten der Rollschuh silber. Und der Tab in seiner Hand, also der Wasserhahn ist grau. Hätte man vielleicht auch machen können. Ist jetzt nicht unbedingt negativ. Lassen wir es mal so. Die Steinedruckerteile kosten 21,99 Euro. Die müsst ihr oben drauf rechnen. Ist es das wert? In meinen Augen ja. Kauft die Teile beim Steinedrucker. Das Set an sich hat knapp 600 Teile, 598 Plus Teile bei Lego. Und dann halt wie gesagt mit dem Steinedrucker kriegt ihr dann einiges an schönen Teilen über. Ich würde es euch empfehlen. Gelistet wird das Set ab neun Jahren. Was auch gar nicht so verkehrt ist. Es ist weich zu klemmen. Und der Spaß ist da. Doch ich würde sagen, der Bauspaß ist ziemlich hoch sogar. Weil ihr hier viele verschiedene Techniken habt. Ich denke mal, da wird auch ein bisschen bei den Alternativen geguckt worden sein. Ich finde es gut. Ich finde es schön. Es sind mir nur zu wenig Ballons, wie gesagt. Ihr habt... Ich mache ja immer Fotos nebenbei. Also es ist wahrscheinlich plus minus 10 Minuten ungefähr. Wegen Positionieren und so weiter. Aber ihr habt knappe 70 Minuten Bauspaß. Bei mir waren es noch Plastiktüten. Ich weiß nicht, ob es jetzt in neueren Versionen schon Papiertüten gibt. Aber bei mir waren es Plastiktüten. Würde ich euch das empfehlen? Und ja. Ich würde es euch definitiv empfehlen, das Set. Wer den Film mag, ist es eine kleine, nette Spielerei, die ihr ins Regal stellen könnt. Die ihr so auf den Bücherschrank oder sowas raufstellen könnt. Ich kann euch meinen leider nicht zeigen. Ich habe da oben eins. Vielleicht wenn Legolas mich mal wieder besucht oder so. Und ich mal wieder mit ihm einen kleinen Battle habe. Und wir uns ein bisschen wieder in die Haare kriegen. Seht ihr vielleicht mal mein Brett da oben mit ein bisschen Manga. und ein bisschen Klemmbausteine und ein bisschen Fanartikelstuff. Dann seht ihr den auch. Ja. Und ansonsten von mir noch ein kleiner Tipp. Es gibt für die nicht so schöne Rückseite, die es hier ist. Ihr seht, da fehlt ein bisschen was. Hier fehlt ein ganzes Stück. Das Haus ist hier so leer. Das ist so ein bisschen nüscht. Nüscht ist das. Für die Leute, die hier hinten noch was dran haben wollen. Es gibt bei Rebrickable verschiedene Mocks, die ihr hier anbauen könnt. Einmal Mocks, die aus dem zweiten, also ihr kauft ein zweites davon und mockt daraus die Rückseite. Hat dann den Vorteil, ihr habt ja auch mehr Balance. oder ihr baut das komplett um. Es gibt wie gesagt jede Menge Mocks, die aus zwei dieser Häuser bestehen, beziehungsweise die das Haus als Grund nehmen und das weiterbauen. Es gibt aber auch andere Mocks. Und wir alle, die wir auf Alternativen stehen, wissen, dass es da ja noch verschiedene Möglichkeiten gibt, andere Steine zu organisieren. Aber ich sage euch auch gleich, die Steine, die hier sind, bis auf diesen Farbton, sind ja eigentlich relativ Standardfarben. Kriegt man auch günstig so über Lego, beziehungsweise über andere Bricklink-Stores. Und ja, sollte jetzt nicht das Problem sein. Also ihr kriegt ein schönes Set. Und wenn ihr zwei davon habt, könnt ihr daraus das Set aus dem Film bauen. Und wahrscheinlich dann auch einen größeren Ballongeraffel. Ja, alles in allem, Kaufempfehlung ist da. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Set. Und sag, bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.